Musik Und ich begrüße euch, guten Tag! Ja Leute, was geht? Hier ist Werder Toe. Wir sind zurück bei Let's Play FIFA 15 Ultimate Team. Beim letzten Mal gab es ein Pack-O-Nomi, wir haben Diego Costa gezogen und wir haben Mandzukic gezogen. Perfekte Ausbeute. Bei Diego Costa bin ich natürlich abgegangen, als hätte ich ein Messi gezogen. Aber ich sag mal so, für das erste Pack-Opening jetzt hier so auf dem Kanal und dann direkt mal so die Attraktion. Er ist keine 200.000 wert, wie ich dachte, sondern eher so 70, 80. Trotzdem ein guter Einschied, denke ich. Ja, meine Kumpels haben mir geraten, jetzt vielleicht mal lieber den Mandzukic zu behalten und Costa wieder zu verkaufen. Ich warte aber mal noch auf eure Meinung unter dem letzten Video. Ich nehme das ja jetzt direkt danach auf. Und dann werden wir ganz einfach gucken, was wir mit dem machen werden. Und ja, dann werden wir uns wahrscheinlich vom Geld ein zweites Team basteln. Ein Hybrid, der Robert setzt sich da gerade dran und kümmert sich um ein schönes Team, was er mir da bauen könnte. Und nun werden wir das zusammen ein bisschen optimieren. Ich sehe ihn ja. Und dann gucken wir mal. Und wir haben jetzt erstmal hier 2.000 Münzen, die wir jetzt noch genüsslich verbannern werden. Und ich habe ja beim letzten Mal versprochen, wir werden noch so ein Jumbo-Set ziehen. So ein Jumbo-Bomber. Wobei ich halt echt nicht glaube, dass die Promo-Sets irgendwas bringen. Man muss mir überlegen, ich habe ja jetzt in zwei normalen Sets mehr gezogen als in dem Scheiß hier. Und in dem Scheiß ist auch gar nichts drin. Oh, so ein Rodriguez könnte was wert sein. Naja, okay, wir gucken erstmal. Wir gucken mal. So, das ist erstmal hier ein In-Verteiler, ein italienischer. So, dann gucken wir mal hier so ein bisschen die Preise rein. Und schauen, der ist 1k wert. Das heißt, wir ballern den mal hier ganz genüsslich für 1.000 rein. Und dann können sie ja anfangen für 800 zu bieten, wenn sie wollen. So, und ja, dann haben wir hier Scheiße und Scheiße. So, wie viel ist denn der Rodriguez wert? Ich glaube, so mega billig ist der gar nicht so. 1, 2k. Ach, nur guck mal hin. Mensch, 3.500. 2.800. Also ballern wir ihn für 2.800 rein, oder? Machen wir. Mensch, und ich ernte die ganze Zeit von meinen Freunden so. Ich weiß nicht, ich habe letztes Wochenende auf meinem anderen Account schon mal ein bisschen hier Packs gezogen. Da hatte ich drei Informs oder vier oder irgendwas. Und habe dann noch einen, ähm, einen, einen, wie heißt er denn? David Silva gezogen. Habe noch, äh, nee, Thiago Silva so. Habe noch, äh, neben den drei Informs dann halt den Toni Kroos gezogen und was weiß ich nicht. Also geht ab mit den Pack Openings bei mir. Ähm, joa. Kann man so stehen lassen. Ähm, und der hier, Kok, Kondo, Kondo, der Franzose, der schwarze Franzose, äh, maximal pigmentierte Franzose. Ich dachte schon, für den bietet doch keiner so viel. Also viel ist ja nicht wert. Ähm, wie würde ich für... Guck mal, dann können wir jetzt einfach alles schnell verkaufen gleich, oder? Guck mal, dann nehmen wir uns jetzt hier die Verträge noch. Ähm, ich weiß nicht, ich traue diesen Jumbo-Sets nicht. Ich glaube, ich möchte wieder normale Sets ziehen. So, vielleicht noch ein Jumbo-Set. Oh, die fällt ins Arena, ja, okay. Schalke ist jetzt vielleicht nicht so... Nicht so die Erfüllung aller Träume. Entschuldigung, alle Schalke-Fans. Ähm, ja, wir nehmen das jetzt einfach mal. Ach, hier, guck mal, Ravi Garcia. Glückwunsch. Äh, und das Ganze verkaufen wir. 2, 2K ist doch erstmal in Ordnung. Und dann ziehen wir erstmal noch ein paar normale Sets. Und dann machen wir vielleicht am Ende nochmal so ein Jumbo-Set. Gucken wir mal. So. Also, ich glaube, mein ganzes Losglück ist jetzt hier völlig verpulvert. Da kommt jetzt gar nichts mehr. Ähm, ja, deswegen. So, wir gucken hier mal. Lopez. Der scheint aber auch nicht großartig was wert zu sein. Na. Na. Äh. Auf das Geld können wir verzichten. Mittelstürmer zu Stürmer. Wie viel ist das denn wert? Ich habe gehört, manche solche Teile sind echt teuer. Mal gucken, ob das auf das hier zutrifft. Bin gespannt. 800. Äh. Ballern wir für 750 raus, denke ich mal. Das ist doch erstmal in Ordnung. Ja, wir schlagen hier Kapital. Äh. So, und den Rest können wir eigentlich weghauen. Unwichtig. So. Was haben wir denn noch Schönes? Da ist Messi drauf. Hilft uns das was? Da ist Messi drauf, ist Messi drin oder was? Ich sag, ne. Losglückmäßig sind wir jetzt erstmal wieder am Arsch der Welt. Äh. Da haben wir jetzt alles verpulvert. Aber gut. Äh. Ne. Das hier bringt glaube ich nichts. Ehredivision. Ähm. Na. Das wollen wir nicht. Nehmen wir lieber die 1000 für den Sofortverkauf. Ähm. So. Was haben wir denn noch Schönes? Gucken wir mal hin. Ähm. Da ist jetzt ein Terry drauf. Oder ein Lampert oder? Ne, das war ein Terry. Äh. Ja. Ab jetzt ziehen wir nur noch Scheiße in den Packs. Kann ich euch garantieren. Hier wird nichts mehr drin sein. Ihr könnt eigentlich jetzt alles vergessen. Rechter Flügel zu rechtes Mittelfeld. Das könnte vielleicht auch was bringen. Gucken wir mal. Och. Guck mal hin. Guck mal hin. Hier 500. Schade. Dann packen wir es einfach für 500 rein. Schade. Ich dachte jetzt schon. Da könnte mehr drin sein. Ähm. Und dann gucken wir noch mal. Was wir jetzt hier haben. 2000 Münzen. Das ist erstmal in Ordnung. Das können wir so einlösen. Und den Rest können wir schnell verkaufen. Und dann gucken wir mal. Äh. Was im nächsten Set drin ist. Ja. Ich denke mal. Dass wir den. Ähm. Dingens wirklich verkaufen. Den Herrn. Kosta. Er würde sicherlich passen. Aber wir haben jetzt auch mal einen Jukic. Wir haben damit wieder. Das geht erstmal. Und wenn wir uns jetzt ein zweites Team bauen. Dann. Äh. Passt das denke ich mal. Und ich gucke einfach mal was Robert jetzt baut. Vielleicht baut er auch ein Hybrid Team mit Kosta vorne drin. Ähm. Er fragt mich jetzt gerade wie viel das Team kosten darf. Hier. Interaktiv. Ähm. Wie viel darf das Team kosten Mädels? 100k? 100k. Ähm. So. Ja. Der ist ja jetzt nicht ganz so viel wert. Warum bietet den jemand für 2900 an? Äh. Dinge die ich nicht verstehe. Teil 2. So. Hier 750. Oder sagen wir 850. Hat auch jetzt keinen überragenden Wert oder so. Mal ganz davon ab. So. Überleg gerade. Den hier packen wir glaube ich einfach mal in den Verein. Einfach für unser spanisches Team. So als Stabilisator oder so. Keine Ahnung. Rechter Stürmer. Rechter Flügel. Hm. Hm. Bringt das Schalke Trikot irgendwas? Glaub nicht ne? Gar nichts. So. Und weg das Zeug. So. 1100 hätten wir noch. Zum 1. Zum 2. Zum 3. Ein Alaba. Bringt der Glück? Komm David. Ja. Darida. Oh. Was ist das denn da? Ein leuchtendes Gardner. Schlechte Werte. Äh. Wird bestimmt nix wert sein. Hab ich's gesagt? Ja. Da bringt auch hier so ein Darida nix. Äh. Da snacken wir uns nur die Verträge und die Fitness. Ähm. Der Rest. Wird. Gebt mir Marsch vorbei. Nehmen wir lieber die 1000 Münzen für. So. Gucken wir mal. Ah. Die Spannung steigt. Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Aaron Hunt. Alter. 32 Tempo. Wie. Der. Der bleibt doch liegen auf der Linie. Es kann. Das ist doch nicht schön. Und so ein Hunt wird auch nix wert sein. Denk ich mal. Der war mal was wert. Der war tatsächlich mal 2k wert. Ganz am Anfang. Äh. 500. Äh. Kann ich mir sparen. So. Und dann äh. Nehmen wir die Verträge wieder. Aber trotzdem. So alles in allem hat sich das Pack Opening bisher gelohnt finde ich. Also. Wir haben ja den Costa. Wir haben den Mandzukic. Nicht. Ist ja erstmal in Ordnung. Ähm. Damit können wir erstmal leben. So. Dann gucken wir mal wer hier drin ist. Sebastian Kehl. Der ist nix wert. Die sind alle nix mehr wert. So. Argentinische erste Liga brauchen wir nicht. Äh. Fitness können wir mal noch machen. Und den Rest. Den Pfeifen war weg. Ähm. So. Nochmal die 150 hier. So. Ein De Rossi. Und ein El Sharabi. Ein El Sharabi. Der uns doch ein bisschen was bringt. Oder? Oh na guck mal. Oh na guck mal. Für was hauen wir den dann rein? Eins zwei. Eins drei. Dann hoffen wir dass den irgendjemand will. So. Na aber El Sharabi ist erstmal in Ordnung. So und was bringt uns der De Rossi? Der kann doch nix. Der ist doch. Hat aber defensiv und physische. Also. Also. Och. Guck an. 3K. Kann man machen. Dann hauen wir den einfach für 2,7 rein. Machen wir so. Äh. Ist denk ich mal in Ordnung. So. Dann ist das ja ein bisschen erstmal in Ordnung. Ähm. Ja. Verträge nehmen wir noch mit. Und. Fitness auch noch. Und dann werden wir jetzt noch 2 Packs machen. Nämlich noch einmal so ein Jumbo Pack. Äh. Und gucken mal ob da noch irgendwas drin ist. Wobei ich skeptisch bin bei den Promo Packs. Wirklich. Kann auch sein dass ich jetzt gerade die 300 Punkte einfach nur raushau. Äh. Ich hoffe es mal nicht. So. Wir ziehen jetzt noch mal ein so ein Ding hier. Und dann ziehen wir noch mal für 300 so ein anderes. Und gucken wir noch mal. Hm. Hm. Gucken wir mal. Was. Der alte Mann hier wert ist. Och. Boah. Ich dachte er ist was wert. 1000. Äh. Mehr können wir mit dem nicht machen. Schade. Schuss ist jetzt gar nicht so schlecht. Okay. Herrera. Hm. Naja. Der Rest ist äh. Eigentlich so. Zum vergessen. Achte Bundesliga. Äh. So. Wunderbar. Und weg. So. Und würde ich sagen. Noch mal so hier. Der Jumbo Jet ist gelandet. Äh. Ein doppeltes Promo Set. Da wird nichts drin sein. Da wird nichts drin sein. Sag ich euch jetzt schon. Guckt hin. Nichts. Ein Okazaki. Ein Okazaki. Und nur. Äh. Da. Oh. Da kriege ich immer das Kotzen. Jetzt sind die scheiß 50 Points hier übrigen. Mit denen kann ich nichts machen. Doch. Ich kann Silber Set ziehen. Vielleicht in dem Silber Set noch irgendwas. Und das machen wir noch. Ah. Silber wird übrigens dabei sein. Hauptsache 80.000 Fitness. Und Heilung. Und Training. Und hast du nicht gesehen. So. Freiburg hat tolle Trikots. Okazaki ist nichts wert. Ne. Den ziehst du aber immer in solchen Scheiß Packs. Ne. Ey. Guck ihn dir an. Ne. So. Und weg. So. Und von den 50 werden wir jetzt noch das hier ziehen. Ja. Gucken wir mal. Was sich hier noch versteckt. Da wird absoluter Müll nur drin sein. Kann ich mir jetzt schon sagen. Aber. So. Von denen dürfte keiner irgendwas wert sein. Gucken wir mal. 83 Tempo. Ich guck gerade nur mal nach Tempo-Werten. Ähm. Ja. Weil in FIFA ist ja jetzt gewissermaßen so. Tempo gleich Win. Aber hier. Zum vergessen. Ähm. Packen wir nochmal alle weg. So. Und dann würde ich sagen. Äh. War es das. Mit diesem Pack-Opening. Äh. Bei weitem nicht mehr so viel Spektakuläres wie beim ersten Mal. Wenn ihr das nicht gesehen habt. Guckt es euch an. Diego Costa. Manzucic. Ich hoffe ich habe euch nicht die Überraschung genommen. Ja. Und. Äh. Wir hören uns dann. Beim nächsten Mal. Und da werden wir dann. Das. Ähm. Hybrid-Team bauen. Oder werden uns auf jeden Fall ein Team bauen. Während Diego Costa verkaufen. Ähm. Vorausgesetzt. Er ist nicht in diesem Team. Das warten wir mal ab. Deswegen verkaufe ich ihn jetzt noch nicht. Und. Würde ich sagen. Schauen wir einfach mal. Das dürfte es gewesen sein. Ja. Ich habe gerade noch überlegt. Ob wir da irgendwas haben. Haben wir nicht. Äh. In dem Sinne bedanke ich mich natürlich fürs Zusehen. Wir hören uns dann das nächste Mal. Äh. Blablabla. 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 Untertitelung des ZDF, 2020